Auf die Bühne den jungen Luca Nestaasen, die invitern Luca Nestaasen, den Kind im Programm zu hören. Ich freue mich besonders auch heute wieder bei diesem Treffen teilzunehmen. Keine Bewunderung haben die Kinder aufs Theater in der Hand zu kommen. Als Lehrerin geht mir das Herz immer auf, wenn ich Kinder auf der Bühne sehe. Und ich sehe, da steckt sehr viel Arbeit hinter diesem Chor, denn die Kinder haben alle ohne Text gesungen und sehr schön auch. Ich bin eigentlich hier, um Ihnen einen jungen Herrn vorzustellen, der sich seit anderthalb Jahren auch bemüht, Deutsch zu lernen, unter anderem. Jetzt müssen wir gestehen, er hatte nicht so viel Zeit, seine Lieder zu lernen, nur einige Tage, seitdem wir wissen, dass wir herkommen. Und ich, mir steht ja nichts zu, ich habe ihn nur eingeladen. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich sehr gut. Und Luca hat das allein gelernt. Ich bin ein Fumirisch. in zwei, drei Säure, und ich weiß, dass sie hier ist. Aber ich möchte, dass sie sich einfach ein bisschen präsentieren. Guten Tag, mein Name ist Dujon Nostase Luka. Ich bin zwölf Jahre alt und besuche die Schule Alexander Van Cunza, Klasse 6E. Mein Haupt ist Musik. Ich singe und spiele Klavier. Heute singen wir für Sie, zensucht nach dem Frühling von Wolfgang Amadeus Mozart, immer wieder kommt ein neuer Frühling von Rovszukowski und hält als Römer in den letzten Jahren. Dankeschön. Ich möchte noch hinzufügen, dass er ein ausgezeichneter Schüler ist und musikalisch auch begabt, beweist auch die Tatsache, dass er auch am Wettbewerbchen kann und da auch Preise bekommen hat. Also, Sie entschuldigen, wir sind jetzt mit dem Text vor, und der Reise vor, dass wir an deinem Abenteuer das einfach rechtfertigen. Aber das ist es immer noch nicht, dass wir uns davon ab oder nicht beherrschen, dass wir uns damit zu erkennen. In dem kommenden finden es. Vielen Dank.